Und Action! Ich finde die Eupgetal-Schule hier so schön, weil hier einmal ein sehr gutes Lehrpersonal ist und zur anderen Seite auch viele Möglichkeiten sind, hier nachmittags auch zu spielen für die Kinder. Und dass viele Kinder auch nicht nur hier zur Schule gehen, sondern auch am Nachmittag hier hinkommen und die Spielgeräte auf der Eupgetal-Schule nutzen und auch viele Eltern nutzen diese Spielgeräte. Das finde ich besonders schön. Weil die Computer-Unterrichte so ein bisschen leichter sind. Weil ich jetzt früher auch als Kind drauf war, mein Sohn jetzt hier drauf geht und einfach die Lehrer super nett und freundlich sind. Weil mein Vater früher hier drauf war und ich mich auch sehr wohl tue in dieser Eupgetal-Schule. Weil wir so fantastische Kinder an der Schule sind, hilfsbereite, nette Eltern und fleißige Lehrerinnen, die hier arbeiten. Außerdem haben wir einen fantastischen Schulhof, auf dem die Kinder ganz toll spielen können. Weil hier so gutes Essen ist und weil hier so ein schönes Schulhof ist. Und hier kann ich auch jeden Tag meine Freunde sehen. Weil das Zusammenspiel zwischen Eltern, Kindern und Lehrern hier meiner Meinung nach sehr gut funktioniert und wir so ein buntes, munteres Schulleben gestalten können. Mir macht es Spaß, jeden Tag hier mit meinen Kolleginnen, mit den Kindern und auch mit den Eltern zusammenzuarbeiten. Weil hier super liebe Lehrer sind, ich viele tolle Freunde gefunden habe, obwohl ich vorher noch keine kannte und weil es hier wunderschöne AGs gibt. Weil hier in der Eupgetal-Grundschule alle an einem Strang ziehen. Die Eltern, die Lehrer, die Kinder sowieso und der Förderverein, von dem wir hier aussprechen, gehört mit dazu. Also, wir haben fast 100 Prozent Mitglieder. Was meinst du? Auf jeden Fall sind wir noch nicht bei 100 Prozent. Und wir können uns helfen, das zu ändern. Also, wir freuen uns über jeden neuen Antrag, der hier mitzunehmen ist. Und mit 20 Euro im Jahr ist jeder dabei. Herzlichen Dank. Meine Töchter besuchen Sie. Es ist eine sehr schöne Gemeinschaft in dieser Schule, ein sehr toller Zusammenhalt. Die Lehrer sind alle nett. Unsere Kinder fühlen sich sehr, sehr wohl hier. Ich kann alles nur positiv sagen. Ich kann nichts Negatives finden. Tolle Schule. Weiter so. Heute wird's wunderbar. Heute wird's wunderbar. Heute ist sonnenklar. Heute wollen wir wieder singen. Auch lieber singen. Und verblühen. Mit den brühen. Mit den Binken. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir wollen wir wieder singen. Und vor blühen. Mit den innen. Auch für Lüge. Wenn es ist, dann entlang, heut geht's wunderbar.